Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Supremacy 1914, hier wieder aus den USA. Ja, Mexiko hatte uns angegriffen, aber wir haben Stand gehalten, wir haben das Ganze abgewehrt. Jetzt müssen wir uns natürlich ein bisschen reparieren. Wir haben hier natürlich auch Fabriken ausgebaut, wir haben Geschütze in Auftrag gegeben. Was interessant ist, wenn man hier vergleicht, Mexiko hat nur eine Fabrik in der Zeit, die so weit ist, dass er was herstellen kann. Von daher für uns ein kleiner, dezenter Vorteil, haben da also ganz gut was geschafft. Haben hier hinten noch so einen kleinen verwirrten Trupp, der hier anlanden wollte. Das ist aber auch, wie gesagt, abgewehrt und haben hier im Großrahmen auch einiges wegbekommen. Und von daher sieht das ganz gut aus. Wir müssen halt, wie gesagt, Festungen alles wieder reparieren. Dann haben wir hier die ersten Sachen, die wir gebaut haben, Fabriken, nochmal Kaserne und so weiter. Ein bisschen auf Risiko, weil ganz so viel Futter haben wir ja nicht. Und dann ist hier das Kriegsergebnis. Wir wurden hier angegriffen. Und zwar hat Mexiko verloren 140 und die Vereinigten Staaten 21. Lief also, wie gesagt, sehr positiv für uns. Und die 140 Einheiten müssen natürlich jetzt erstmal wieder regeneriert werden. Ich warte jetzt halt auf die Geschütze, damit wir in der Richtung die Festungen ein bisschen knacken können und da durchkommen. Und dann wird das Ganze auch bald in die andere Richtung gehen. Und wir werden dann entsprechend Kriege gegen Mexiko machen. Haben uns im Moment auf einen Waffenstillstand eingelassen. Einfach nur, weil ich im Moment ein oder zwei Tage meine Ruhe haben will, bis halt die Geschütze fertig sind. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Cut und schauen wir beim nächsten Mal wieder an. So, dann sind wir wieder, haben ja einen kleinen Cut gemacht. Wir haben jetzt die ersten Geschütze fertiggestellt, haben hier auch ein wenig Truppen zusammengezogen. Und wir können jetzt im Prinzip anfangen, wenn wir hier nochmal ein kleines bisschen zurücklassen. Dann werden wir jetzt anfangen, selber unsererseits Mexiko mal zu pieken. Die Truppen sind knappe fünf Stunden unterwegs, sollte also dann ziemlich bald passieren. Ich hoffe, dass wir dann bis zum, ja ich schaffe es ja nochmal zwischendrin einzuloggen, das alles. Also nachdem die dann da sind, das alles ist ja nicht so das Problem. Okay, sollte also entsprechend hier hinten etwas Krieg geführt werden können. Und ich denke mal, dass wir hier hinten auch das ein oder andere an Truppen vernichten können. Und dann können wir hier entsprechend auch weiter vorwärts ziehen. Jetzt werden wir erstmal halt warten, dass die Truppen da unten ankommen. Logischerweise haben wir auch direkt neue Geschütze in Auftrag gegeben. Wir haben ja auch hier die Fabriken dann noch in Teil weiter im Ausbau. Wir müssen natürlich ein bisschen Material sparen, damit wir halt entsprechend weiter ausbauen können. Und damit wir halt entsprechend auch uns Eisen und ähnliches leisten können, das wir in Teilen benötigen. Ich bin schon immer dabei, hier alles so weit zu kaufen, wie wir es kriegen. Man könnte jetzt natürlich das Holz noch ein bisschen rüberziehen. Aber wir brauchen das Holz ja auch noch, um die Fabriken weiter zu erhöhen, um schneller produzieren zu können. In Mexiko selber hat sich jetzt in der letzten Zeit zwischen dem Angriff mehr oder weniger und jetzt dem Fertigstellen und Zusammenziehen der Artillerie nichts Großartiges getan. Es ist immer noch nur eine Fabrik. Es ist ein bisschen wenig. Wir haben hier auf jeden Fall erstmal einen Spion weggefangen, mal wieder. Und von daher, ja, nerviges Zeugs, die Spione. Wir hatten hier schon einige zwischendrinne und, naja, haben da schon jetzt ein paar weggekascht. Aber okay, wenn Mexiko dafür das Geld ausgibt, anstatt es in Artillerie und Fabriken zu stecken, soll das machen. Wir haben natürlich auch Spionen, aber halt nur einen. Und nicht in der Menge, wie Mexiko hier unterwegs ist. Und von daher passt das schon. Und dann werden wir uns das Ganze hier mal anschauen, wie das jetzt hier abläuft. Ob wir hier hinten Tamuli-Pasta erobert bekommen oder zumindestens, dass wir hier Stress verbreiten können. Also Stress insofern, irgendwas kaputt machen, Streit anfangen. Streit ist ja sowieso immer gut. Und dann denke ich mal, passt das. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal im nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss und bye bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.